Kinder, Kinder Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten? An der Post rieft man vor Höflichkeiten, tut man nach Fünfzehner-Marken fragen, die vorn's Bild vom alten Fritzen tragen, leckt der Beamte selbst im Nu und gibt uns noch für'm Dreiern Jöte zu. Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten? Es kommen nach Deutschland viele Persönlichkeiten, selbst aus Indien kommen die Matadore, uns besucht Rabindranath Tagore. Jeder kennt ihn hier im deutschen Land, bloß in Indien, da ist er nicht bekannt. Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten? Es gibt viel Scheidung jetzt bei Eheleuten. Mancher nahm die zweite, dritte, vierte, bis sein Weg zurück zur ersten führte. Die war gerade weg vom dritten Mann und nun fangen die zwei von vorne an. Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten? Man will jetzt die Brautleut vorbereiten, sollen zusammen schon bleiben beim Verloben, um ein Jahr die Ehe auszuproben. Ach, ich glaub', dann wird sich bloß verlobt und dann wird immer wieder ein Jahr geprobt. Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten? Steuern kommen auf alle Lustbarkeiten. Selbst ne Hochzeit wird besteuert heute, doch als jüngst ein Mann ne alte Freite und der Fiskus sah die späte Meid, sagt er, nein, es ist keine Lustbarkeit. Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten? Spitzbuben können bei uns nichts mehr erbeuten, finden nichts, man muss sich beinahe schämen, schließlich geben sie was, statt was zu nehmen. Wie's erst kürzlich meinem Freund geschah, weil nicht da war, ließen sie was da. Kinder, Kinder, was sind heut' für Zeiten? Kürzlich sah ich nachts beim Heimwerbsschreiten einen jungen Dieb nen Amboss tragen. Warum so was Schweres, tat ich fragen. Ja, ich steh' heute's erste Mal, sagt er, und der Anfang, der ist immer schwer. Thomas Lied zwischen fictionem Allende und demRadio fpt. juegos